hey leute ganz kurz vorab beim video das habe ich gern kaum angekündigt ich wollte sagen dass ich extrem erkältet bin und ja ich schneide gleich das video und dann spiele ich auch nicht oder so ja weil ich bin ziemlich erkältet deswegen war ich auch ein bisschen verpeilt in der aufnahme hoffe ihr nehmt mir das nicht übel ja sonst sage ich ja alles im video nur das wollte ich noch mal anmerken weil ich das ein bisschen zu kurz gekommen ab belassen ich weiß ich weiß nicht wie man das ausspricht egal viel spaß vom video und ja ciao leute ich werde mich erst mal ein bisschen ausruhen und dann gucken wir mal wann wieder ein video kommt ja bis dann hey leute willkommen zu einem neuen halt deine fress auf jeden fall ich mache jetzt nicht noch mal von neu willkommen zu einem neuen projekt das nennt sich arg und mit dabei ist der bad cheater hallo ja ich bin ich bin zwar nicht so erfahren wie du aber auf jeden fall haben wir hier schon mal einmal eine base weil wir das ganze auch privat spielen ich werde halt ab und zu mal zwischendurch aufnehmen und ja wir wollen gleich meinen ersten dinos nehmen deswegen nehme ich jetzt gerade auch auf und ja ich habe gerade noch alles vorbereitet soll ich den sattel eigentlich schon mitnehmen ja den kannst du schon mitnehmen okay dann hole ich dir mal eben so ich nehme dich mal kurz mit ja und ich muss dazu noch sagen ich bin ein bisschen erkältet deswegen ja keine ahnung ob man das an meiner stimme merkt nein merkt man nicht okay jetzt hab ich dich aber da kam gerade der andere wieder kannst du dir mal kurz zeigen wir haben schon den größten flugs auch hier als ob seit wann habt ihr ja klar der haben wir gestern gezähmt ja okay da war ich schon weg okay ich bin runtergefallen weil ich gegen irgendwas gekannelt bin hä du bist doch noch hier nein ich bin runtergefallen ich bin hinter dir du idiot ja du weißt schon dass hier der raptor ist neben dir ach so ich dachte der ist noch unten ich habe dich bewusst ich habe dich bewus- nein ich habe den noch wir haben flugsauer mit flugsauern kann man sowas transportieren so okay so äh ja ich mache gerade mal ein bisschen licht ja wir müssen was sehen also man sieht ja hier das exemplar es kommt jetzt aus der wand raus also wir müssen uns ja erstmal beträumen tanker habe ich schon eigentlich müssten 17 stück reichen weil wir 18 wir haben die rate sowieso ein bisschen weiter nach unten weil wer lust keine ahnung acht stunden die nutzieren und das ja ich betrachten jetzt erstmal also ist einfach bis die man muss betäuben damit in dem man den zähmen kann da noch zweifel war es schon dauern jetzt kannst du hier die tür aufmachen und dann siehst du ihn er liegt auf dem boden noch etwas mehr drin was zu essen ach tobias das ist unglaublich mit dir er hat das prinzip von ding ja und du du jetzt mach mal vor der aufnahme sag ich dir jetzt so wie es ist ja schon klar aber ja juckt mich nicht das ist nicht spaß ja juckt mich nicht ja ist mir egal so zumindest betäubt man den dino das sollte eigentlich die meisten wissen und ich habe kein fleisch dabei ja wie kann ich denn ich kann nur den namen ändern und so ne scheiße warte ja du musst doch schon nah genug dran kennst du du musst zum lang als ist ja schon klar ja jetzt warum lang als geh zum lang als und hol dir da bären raus achso ich dachte der hat das ok wo achso ich bin da ein bisschen verpeilt ja ok ach ne ich muss zum t-rex muss ich hin so welche bären alle einfach alle oder ja hol dir einfach 100 stück raus das reicht tobias ja 100 hat er nicht genau mach ich einfach den hier du brauchst auch nur 50 oder so du brauchst jetzt nicht so viele ja ok jetzt hab ich 100 egal ok geh wieder zurück jetzt gehst du jetzt wieder dahin um mein dino zu sehen sind zwei sachen wichtig du brauchst narkotiks die da schon drin sind eigentlich wenn du jetzt da drauf guckst kannst du eh drücken narkotiks die kannst du wenn du drauf klickst auf remote use item machen dann füllt sich die liege eine leiste wenn du einfach so guckst die ist wichtig sonst macht er wieder auf das wichtigste ist dann noch die das was er isst wir haben jetzt gerade nur raw meat aber das reicht auch vollkommen ok er hatte ich schon sehr viel mit dem einstück vielleicht bekommen er kriegt jetzt 8 level dazu wenn wir das jetzt so weiter für mit dem themen und weil es gibt auch immer eine äh jetzt ist es von 96 auf 94,1 gestiegen mhm falls du grad gesehen hast ja und dann fällt es dir eben ein bisschen weiter runter es gibt auch immer so deepming sachen es gibt das beste was du ein dino geben kannst sind kibbleeier das sind die nur also mit bisschen fleisch und so gesagt äh gemüse so gesagt drum sagt jetzt mal mhm das sind die besten damit zählst du irgendwas alles aber am schnellsten ich weiß grad nicht was der rex überhaupt hat also der äh nicht der rex der raptor aber zumindest gibt es jeder dino mag andere kibbleeier danach kommt das bei fleischpressen zumindest äh raw prime meat das ist das gute fleisch das verfault auch sehr schnell nach zwei minuten oder so schon das macht sehr viel hoch danach kommt das äh gekochte prime meat und danach kommt das raw meat das raw meat ist so gesagt das schlechteste bei flanzfresser ist es so dass wieder das kibbleeier kommt dann kommt vegetarisches so karotten und sowas danach kommen die major bären und danach kommen alle anderen bären so ok das war alles was ich zum zähmen da bei gesagt haben so du bist einfach so ein richtig so ne richtige das einzige was du noch sagen kannst ist äh desto höher er eben ist desto besser so gesagt weil er dann schon eben stärker ist mhm aber der fängt immer wieder von level 10 auf an also wenn du jetzt ein level 100 raptor zähmst was relativ selten ist braucht er trotzdem nur 10 xp um auf level 101 zu kommen außer äh nicht außer und wenn du den jetzt zähmst braucht er auch nur 10 xp um das nächste level zu erreichen nur der ist dann eben nicht so gut wie der andere weißt du wie ich das meine? ja so ungefähr ja ist bisschen kompliziert das zu erklären ich hab grad auch nicht alles im kopf ok ok ja ich würd sagen in der zeit das jetzt dauert mach ich einfach einen cut oder sehen wir jetzt nein kannst ja kurz ich kann dir ja sonst kurz hier noch die ganzen ich kann ja kurz so ein kannst du doch ja kurz angucken ja ok dann was willst du denn machen? ich geb ihn grad noch kurz narkotik kurz und dann können wir gleich später wieder kommen ja ok wir können ja mal ein bisschen die insel zeigen und so ja also soll ich jetzt soll ich jetzt eigentlich die server ip in die beschreibung stellen oder? ja können wir eigentlich mal so ja also dann könnt ihr auch drauf zocken wenn ihr alle klappt gut siehst warte bleib mal kurz ja ich frier ein bisschen aber ey also ich hab jetzt schon den eiswürfel ja dann soll deine fackeln raus weil du grad eine hast ich hab doch keine mehr ja dann sind wir grad kurz zum dorf so gesagt ja es wird ja grad tag siehst du das dorf gut? oder ich weiß ja nicht wie du es siehst ja ich würde sagen wir den langals mit dem blauen schwanz der skyline danach kommt das kokain das weiße mammut dann ist da einfach der trike der hat keinen namen also ein triteratops da ist dann auch schon friezel's house mhm was ich designt habe wollen wir mal kurz reingehen geh mal rein da ja hier ist so ein schwamm schön gebaut oben schön mit diesen pillier ich find das sehr nice ich bin ein bisschen neidisch auf das haus aber ich wünsche das wär mein haus hier guckt der t-rex schwanz einfach raus ok ok leckst grad ein bisschen neidisch so ja ich bin jetzt schon draußen ja ok nochmal wieder zu dann ist eben mit draußen ist mein gehege kannst ja kurz herkommen ist mein gehege da ist grad ein skorpion und ein granul ein granul ein t-rex der sieht sehr lustig angemalt aus ich hatte Spaß ja genauso wie der Skorpion der sieht jetzt auch gut aus mit der Brille und jetzt fängt es an zu regnen Regen ist nervig was haben wir sonst noch sonst haben wir die Lucky das ist für der große Vogel den kannte ich selbst noch nicht muss ich sagen ja du kennst ja Arka nicht so lange dann ja also den kannte ich schon an sich aber ich hab den jetzt noch nie nicht bei euch gesehen wir haben einen anderen Raptor den Ghostface ich weiß gar nicht was deiner grad ist der ist female wenn deiner male ist können wir mal einen Raptor äh zurück machen sonst ist hier noch ein wie heißt der Deodirus der ist richtig aus dem Stein Farm sonst haben wir da oben noch einen Skyhunter das ist der normale so wie bei mir oben der Ralf das ist genau der gleiche ah jetzt ich bin grad dumm so hm sonst hier grad der Ralf geh ich mal eben hier hin der hier grad unten ist wo ist der Skyhunter der Skyhunter war doch grad auch nach oben ja komm einfach runter komm runter ok was macht der? bist du behindert? oder schießt der mich ab? wer schießt dich ab? schießt mich einfach ab ok ja das ist wie gesagt das ist wie gesagt das ist wie gesagt das ist wie gesagt Jonas Haus ja kann man hier nach oben nach oben klettern Mann lass mal äh wo bist du? wo bist du da? warte da so dann greife ich dich mal kurz dann fliegen wir mal kurz zum Raptor zurück hm hoffentlich ist der jetzt noch nicht aufgewacht aber sollte er noch nicht ja ok ah der ist auch female schade ja über die Hälfte haben wir schon ich friss immer ein paar Beeren hm ja guck jetzt hat er jetzt auch nur noch 82 äh zucht äh 10 effizient das kriegt ja auch nur noch 7 level plus hm ich hab jetzt ihnen auch einfach jetzt ein level 18er gegeben weil er brauche jetzt noch nicht so wo ja das ist er ist mein erster was ist ja die wenn man hier runter guckt hier unten sind äh ist so das kampfgebiet eigentlich meistens oft wo ist eigentlich der wie hieß er noch gleich der Spino der Spino der ist ja nicht mehr keine Ahnung wo der ist ja aber letztens dahin ich kann ja mal kurz gucken hm nein da ist grad ein Krokodil level 51 weiß ich mich vielleicht mal später was macht er da das er fuckt mich grad hier ab ach warte mal ich klär das mal kurz ich klär das mal kurz geh mal kurz zur Seite dein Ernst Alter es ist grad neblig zumindest von der Seite oder ist es die Sonne ich weiß nicht ich hab ihn grad auch mal kurz blockiert wie blockiert ach guck mal hier haben wir grad noch einen anderen Dino siehst du den ja und jetzt was ich mein geh mal kurz weg der ist aggressiv wenn du ihn angreifst ja wenn ich ihn angreif hab ich den dann denk ich mir so halt dein Maul aber er findet das Wasser er müsste das überleben oder? mhm die kriegen sowieso generell keinen Fallschaden was ich ein bisschen blöd fände so du kannst theoretisch den nehmen bis zur maximalen Fluggrenze fliegen oder soweit du kannst mit deinem Dino mit der Stamina her und dann denkt er sich trotzdem fällig überlebe ich oh schon fast fällig ich zieh mal den Sattel ja hätten wir jetzt Warp Primey dann würde es alles schneller gehen den Sattel muss man einfach mit E drücken ne also wenn ich den gezähmt hab achso ok ja nimm den gezähmt heißt dann kannst du den da reinziehen ja ich grad na ich hab nichts mehr gerade ja sonst ja wenn ihr auf dem Server sonst spielt könnt ihr gerne drauf spielen es wird dann noch ein Regelwerk geben wenn der so gesagt ganz offiziell gemacht wird äh ja ich kann ja schon mal so eine kleine Regel sagen zum Beispiel muss man zwei Basen bauen eine PvE Base darf man bauen die darf nicht geradet werden und eine PvP Base wo dann die Hälfte des kompletten Loots so gesagt den man hat oder das was man hat äh da hinstellen muss auch an Dinos damit man eben nicht alles verliert aber man trotzdem geradet werden kann das muss man vorher beschriften Alter sieht das grad scheiße aus wegen der Aufnahme egal ach wegen Regen ja so ja das ne wie das regnet ja schon fast fertig sonst können wir noch irgendwas zeigen ja wir können wir können ja mal kurz hier runter zeigen wir können ja mal kurz hier runter zeigen ja ja was ich machen kann ist den hier machen warte wo bist du ja hier geht's zum Wald hier kann man äh äh holz farben und so genau mit Mammut soo das hier so grad ist das Gebiet wo wir sind mhm da unten sind immer so Pflanzenfresser auch um zu Fleischfresser da kann man ab und zu gut was farben an Heid oder so mhm was gibt's sonst ja hier unten der Strand aber es blendet grad ein bisschen hehehe wegen der Sonnenreflexion bei dir auch mhm mega ja wenn man jetzt hier noch ein bisschen weiter runter fliegt was ich jetzt grad mal noch ein bisschen mache dann sind da eigentlich immer so T-Rexe oder sowas ja hier war vorher noch der Spino aber jetzt ist er nicht da grad da unten sind grad ganz viele Krokodile da unten sind noch Raptoren grade ist da ein Hai oder so ne das sind Krokodile ne das sind Dings Krokodile mhm ja sonst ist er glaub ich auch gar nichts also wenn man hier weiter fliegt dann sind da ganz viele Langhalse Spinos und äh T-Rexe die da immer alle gegeneinander kämpfen der Spinos immer nur um Wasser der Spinos nur um Wasser und Jagdfische und der T-Rexe der legt sich immer mit so einer Herde lang also an und verreckt dann hehehehe ja ist ehrlich so ja jetzt werfe ich dich hier ab nicht zu früh ok und jetzt sollte der eigentlich glaube ich auch schon fertig sein ja schon fast also nur noch ein ganz bisschen aber wie soll ich den nennen scheiße das hab ich mir nicht hier ausgedacht ne 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 Ralf nein das sagst du ja ok ist bisher nice wie soll ich den nennen Jonas wie soll ich den nennen Jonas wie soll ich den nennen Jonas ich seh keiner an nennen so wie du willst vielleicht bestimmt hier den Namen schreib jetzt den Namen in die Kommentare ok ich weiß ne äh wie soll ich den nennen das mein ich richtig egal Tobias fällt dir eben ein geiler Name an ich bin unkreativ ähm mhm mhm grad nicht wenn du nen Cut machst ich nenn den Hurensohn schweiß nein nennst du es nicht die Hurensohn nennen weißt du was ich mache sonst schmeißt du den Hurensohn von der Klippe runter beträgt halt aber wahrscheinlich ein bisschen lustig oder so wie nenn ich ihn kannst du bitte lachen ich will nennen irgendwas aggressives nenn den xx-wacker xx nein ich nenn den Ys get wrecked ok mach Ys nenn den nur Ys nenn den nur Ys soll ich ehrlich machen mach nur E das Ding ist weg das Ding ist weggegangen ne also du kannst einfach E gedrückt change name ja ok ich hab schon äh ich nenn den Ys Ys ich hab den Ys genannt ich hab den Ys genannt also ok dann guck jetzt kannst du da den draufpacken die ist ja oben rechts Sattelding nehm wir da kurz wieder ein bisschen was von meinen Sachen raus weil wir doch das Fleisch kann er haben ok nice und dann kommst du auf den Reiten wir einfach den Ding klauen ja und jetzt halt so ah der ist langsam warte ich guck mal kurz die mhm den sollte man aufs speeds gehen oder ich guck mal grad mhm ja movement 120 23 der kann äh eigentlich sogar recht viel tragen finde ich für ein äh Dings für ein Raptor lauf nicht weg ok der hat voll viel Art äh Luft Essen hat er eigentlich auch gut Leben hat er 320 ja geht klar wo soll ich denn eigentlich hinstellen nein ich wollte nur noch mal immer den kannst du erstmal bei dir stellen wir bauen ja noch Dings ja ich brauch mal nen Stall stimmt müssen wir auf jeden Fall noch mal machen ok nur dass er nicht gekillt wird ne aber keine ahnung ich stell den einfach ins Haus rein ich stell den einfach ins Haus rein bei uns ich stell den einfach ins Haus rein warte und jetzt grad noch der passt da nicht durch warte ich mach dass der mir folgt vielleicht gehts dann ne ich weiß nicht glaub Raptor äh Raptor passen da nicht durch nur Diles passen durch Türen der passt nicht durch Türen Tobias kannst du abschminken ok keine ahnung dann stell den einfach hier hin was weiß ich ich stell grad nen Höhlenmenschen ja ich muss halt nur aufpassen dass der mein nicht killt ne er backt jetzt so ein bisschen da drin ok er geht wieder raus weil er mir noch folgt ja eigentlich soll nö aber sollte man nicht angegriffen werden normalerweise da und sonst er wird da ist ja noch langer als vor und Dings ok ähm wie mach ich das der mir nicht mehr folgt warte hier disable oder warte dann mach ich schalte ich mal grad schon mal aus disable das und neutral ja ok ja dann würde ich sagen ich könnte auf den Server kommen hätten wir jetzt schon mal so eingestellt dass der jetzt erstmal hier stehen bleibt warte weißt du wo du den hinstellen kannst ja was ist denn ich bin grad nicht so zufrieden wie ich den da einpacken ich möchte den da einpacken ja passt schon ok dann würde ich sagen ja ok dann würde ich sagen kommt alle auf den Server wenn ihr wollt wenn ihr ARC habt natürlich nur und ja dann bis zum nächsten Video kommt es euch ja bis zum nächsten Video haut rein und tschau abonniert alle Germanist Play ok habt 800 22 22 25 29 27 28